Subta Paripurna Vajrasana ist die liegende Diamantenstellung, auch liegende Blitzstellung bezeichnet. Vom Fersensitz ausgehend gibt die Füße neben die Hüften und Paripurna Vajrasana ist es, wenn du die Zehen nach außen gibst, was auch eine Variation von Mandukasana ist. Dann lege die Arme hinter dir auf den Boden und so hast du Schultern und Hinterkopf auf den Boden. Eine Variation von Subta Paripurna Vajrasana ist es, wenn du dann die Ellbogen auf den Boden gibst und mit den Fingern zum Gesäß hingehst und den Brustkorb so hoch hebst, wie du kannst und dann den Scheitel auf dem Boden gibst. Dieses eine Variation auch von Matsyasana, vom Fisch, beziehungsweise eben auch Subta Vajrasana in der Rückbeuge. Diese Stellung entwickelt die Flexibilität im Brustkorb und in den Schultern und stärkt die oberen Rückenmuskeln. Durch die Stellung der Füße entwickelst du die Innenrotationsflexibilität der Hüften und machst auch etwas für die Stärke der Knie.